So Leute da sind wir wieder zuletzt bei Pokémon Resolut. Wir sind Resolut am Spielen und am Trainieren und ich bin wieder dabei mit der Dori und die Dori ist wieder dabei mit dem. Ich sag zweimal wieder nach auch wenn nur einer von uns aufnimmt aber Scheiß drauf. Und wieso habe ich eigentlich noch Kadaver draußen obwohl es schon Level 20 ist? Und wieso beherrscht dieses Scheiß Iskala Angeberei? Und wieso greif ich im Psycho nicht? Fung mal mit der Psychoattacke an. Fragen über Fragen. Und mal schauen ob wir sie irgendwann mal beantworten können. Erstmal Habitaka Eros beibringen. Habitaka Eros nur beim Eros lernen. Habitaka Eros nur beim Eros lernen. Wo ist ein Kadabra? Wo ist ein Kadabra? Du bist mir ein bisschen zu weit im Voraus finde ich. Ich finde die Route finde ich gut gemacht. Ich hab... Ich will verarschen. Warte mal kurz. Ich war was. Nicht zwei Weenies? WTF? Das hängt ja keiner mit seinem Wilpix-Cut auf. Ich bin ja nicht klar. Du sollst erwarten. Ich bin bei dem Zyke, Paten und habe ein brennendes Habitat. Harte eins. Und dieses Anton ist deutlich stärker als eins glaube ich. Der leckt mich doch am Arsch. Gibt es auch nicht viele Hexen. Gibt es da ein paar Hexen, wo der Protagonist aufwärts wird, aber nicht ein Hexen. Der 2-8 war, glaub ich kriegst du das, oder? Ne, was anderes. Äh, das war ja auch. Ja, gut. Die jetzt, solche Werte haben wir mal nicht mitgerechnet. So, ich bin jetzt auch in der Stadt. Das ist kein Aber, konnte ein Ausbilden. Hat aber hinterher gegen ein Kampfprogramm verloren. Gibt es hier irgendwas in der Stadt? Gibt es in den Holgern was Interessantes? Hier gibt es eine Arena. Oder der Typ kommt mir bekannt vor. Der einen jetzt anspricht, wenn man in die Arena reingehen will. Das ist derselbe Typ, gegen den man am Anfang gekämpft hat. Ich glaube, der soll irgendwie Gary ersetzen. Ja, genau. Interessant. Vielleicht soll ich mir das ins Team holen. Aber ich red dieses Tauboga von dem Kerlgard auf. Ich bin definitiv unterlevelt. Wenn du in die Arena reingehen willst, sprich dich... Wenn du in die Arena reingehen willst, sprich dich... Wenn du in die Arena reingehen willst, sprich dich dieser komische Typ an. Den man am Anfang der Reise in der Heimatstadt bekämpft hat. Ah. Und der soll irgendwie Gary ersetzen. Der Typ hat Level 22er. Sein Tauboga hat Level 20. Und da geht er mit dem Wulfix ran, der wird 23. Aber schwer. Und der Sandwirbel und das Wulfix benutzt Anziehung. Und dann hat er noch ein Level 24 Gladiantrieb. Mit Schlitzfarb. Und Knirscharf. Und Knirscharf. . Nein. Es war gut. Mein Luxi ist gerade umgegangen. Aber ich hab was gegen den Typen. Wo weiß ich leider nicht dagegen kommen, ist einzusetzen. Doch komm ich. Ich hab was gegen dieses Gladiantri. Riolu, benutze jetzt Karate-Schlag. Karate-Schlag. Und das Viech überlebt. Aber den zweiten Karate-Schlag überlebt es nicht. Acht Level drunter, aber Riolu hat es trotzdem gepackt. Und wir müssen definitiv noch trainieren. Aber wenn der Händchen so hoch ist, dann könnte das mit Level 25 sogar noch untertrieben sein, was du getippt hast. Ich trau mich gar nicht in die Arena rein zu gehen, ich prämiere lieber direkt. Aber nach dem Kampf, ne danke. Die Antrie kriegt man mit nem Kampfbuch mal noch klein, aber verdammt schwer. Ja. 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 Na klar. Ich glaube, da brauchen wir es noch gar nicht versuchen, ich will mal gucken wenigstens was für ein Typ ist. Steht bestimmt wieder auf dem Schild. Ein Künstler der Seele und der Natur. Soll das nicht immer auf dem Normal-Arena oder auf dem Pflanzen-Arena sein? Also wenn man sich mal das anhört, was der Typ in dem Haus kriegt, wo man das Otto herkriegt, würde ich sagen, das ist Normal-Arena. Vor allem, wenn man sich die ganzen Künstler hier anguckt, die hier rumlaufen. Soll ich gleich auf der Normal-Pokémon-Arena finden, also die Arena shoppen wir noch nicht brauchen. Da sehe ich jetzt schon, dass wir noch deutlich zu schwach sind. Aber hallo, aber das ist noch eine lange Training-Session. Da versuchen wir noch ein bisschen was auf dem Onscreen zu machen. Und ich habe Glück, dass mein Habitat zum Glück die Fähigkeit Adler-Auge hat. Da bringt sonst wirklich nichts. Ich glaube, wenn ich einen Ibitac hätte, dann würde ich schon besser klarkommen. Da, mit einer Pflanzen-Ar-Normal-Arena hätte ich ja mit Riolu keine Probleme. Bei einer Pflanzen-Arena hätte ich einen Habitat, bzw. Ibitac später. Also bin ich eigentlich zum Ibitac auch schon wieder gut vorbereitet. Wenn man das mal so... Ey, ganz ehrlich, ich spiele aus dem Hex blind, aber ich komme super gegen die im Moment klar mit meinem Team. Ne, da träume ich noch nicht rein. Ich bin auf der Route, wo wir hergekommen sind gerade am Trainieren. Also unter Level 20 gehe ich da nicht rein. Ich denke mal, das ist verständlich. Ja. Nach dem, was wir da gerade erlebt haben mit dem Trainer, mit dem komischen Typen da gerade. Ja, das kann ich schon mal wieder. Bei mir ging es ja auch schon beim ersten Mal, aber echt hart. Ich dachte, wir gehen immer zusammen in die Arena rein. Ich dachte, wir gehen immer zusammen in die Arena rein. Ich könnte auch mal herausfinden, welcher Typen wir einsetzen. Okay. Also so einer wie dieser Art hier aus Pokémon, schwarz-weiß und schwarz-weiß 2. Ja. Okay. Welches Level? Welches Level? Ja. Ja. Ich sage nur die letzte Arena. Also ich glaube unter Level 20 sollten wir da nicht rein gehen. Aber Papinella besiegt dich gerade? Also Papinella besiegt dich gerade? Also mindestens Level 20 sollten wir da haben. Ja. Wir können ja mit 20 die Arena-Trainer besiegen und dann können wir ja mal gegen den Arena-Leiter den nächster suchen. Ja wenn er jetzt, wenn das Papinella schon so stark ist, will ich nicht wissen wie der stark der Rest der Trainer ist. Ja. Und jetzt ist mir auch gerade ein Trivers über den Weg gelaufen. Äh ja. Lass mich ran, lass den Kampf verloren. Ja. Hat die wenigstens nur ein Pokémon? Ja, das war ein Pokémon. Ja, das war ein Pokémon. Ja, das war ein Pokémon. Ich glaube bei einem zweiten Pokémon hättest du keine Chance gehabt, oder? Es war wirklich unfassbar. Ja. Oh mein Gott, mach mal Stolz. Ja, wir hatten ja ein bisschen an der Kugel. Das ist das... Du bist noch ein deliverser rein. Du hast nicht mal ein Kugel für den Super Speed, du hast es auch weiter tief. Ich bin so ein bisschen. Von Dreifahrspeed habe ich nichts gesagt. Ich trainiere auch schon auf doppelter Geschwindigkeit. Geh denn glaube ich nicht schlecht, dann sind wir schneller durch. Ja Leute, aber dieses ganze Training machen wir nicht aufs Spiel. Das zeigt euch alles Minute für Minute, Sekunde für Sekunde. Ihr sollt nichts verpassen. Jep. Ja. Ich denke mal, wenn wir jetzt schon Otto und Serpipal bekommen haben, dann werden wir auch noch Fleuren kriegen. Ja, sehr gerne. Aber bisher bin ich ganz zu viel mit meinem Team. Aber bisher bin ich ganz zu viel mit meinem Team. Ja. Und in der zweiten Arena, für die zweite Arena habe ich Habitat bzw. Ibitat. Und ich habe Low Cups. Mit Schnabel noch. Ja. Ich bin echt gut vorbereitet eigentlich, oder? Ich bin echt gut vorbereitet eigentlich, oder? Ich meine, von Team auf vorher, wo ich jetzt den Blind spiele. Ja. Nicht schlecht eigentlich. Glück muss man haben. Und nein, Leute. Bevor irgendwelche von euch jetzt fragen, denken, ja, der hat sich doch bestimmt irgendwelche mit Träsen angeguckt davon schon. Nein, habe ich nicht. Du bohrst einen Feuer-Pokémon? Hier gibt's einen Wilpix auf der Route. Und die Viecher haben scheinbar die Fähigkeit Dürre. Ist Dürre nicht eigentlich eine Fähigkeit von, äh, Browdome? Naja, mich wundert eh nichts mehr. Aber wenn man sich von den Fähigkeiten erstmal anguckt, oder sagen, der Macher, der diesen Hack gemacht hat, hat auch gleichzeitig zumal Dark Rising gemacht. Da haben nämlich die Wilpix auch die Hörer drauf. Oder einer von den beiden hat sich von einem anderen Satz abgeguckt. Oder Wilpix kann diese Fähigkeit auch nicht haben. Das kann natürlich auch sein. Wir im Jahr aber neu. Oder hast du in deinem ganzen Leben bisher in, äh, Wilpix für Fähigkeit Dürre gesehen? Gags. Das ist deutlich. Aber ich wüsste mich nicht. Ja, ich weiß wenigstens die Zeit, wo du ein Feuerprogramm herkriegst. Ich kann mich nicht damit mal fragen. Ich kann mich nicht weden machen.